In diesem Video sehen wir uns gemeinsam an, wie man den SQL-Join-Befehl verwendet, sowie ganz wichtige Tipps dazu. Beginnen wir mit dem Join-Befehl in der Theorie. Der Join-Befehl in SQL wird verwendet, um Daten aus mehreren Tabellen zu verbinden. Soweit die Theorie. Das ist natürlich nützlich, wenn man Daten aus verschiedenen Datenbank-Tabellen benötigt, um eine bestimmte Anfrage von Fachbereichen oder Anwendern zu beantworten. Sehen wir uns ein Beispiel gemeinsam an. Angenommen, man hat eine Tabelle Kunden, wie hier in diesem Fall, Customers, und hat auch noch eine zweite Tabelle, und zwar Bestellungen, in diesem Fall hier im englischen Orders. Diese beiden Informationen können wir miteinander verknüpfen, wenn man angenommenerweise den Namen vom Kunden, sowie die dazugehörige Bestellung herausfinden möchte. Dann muss ich diese beiden Tabellen miteinander verknüpfen, um diese Auswertung oder dieses Ergebnis zu erhalten. Wie könnte das nun im SQL-Befehl aussehen? Dazu sehen wir uns zunächst einmal die Kundentabelle an. Select from Customers und führen diese aus. Hier sehen wir, dass diese Tabelle von deinem Kunden einen Schlüssel besitzt, die Customer-ID von 1 bis 5, sowie den Vornamen, Nachnamen, Alter und ein Land dazu. Sehen wir uns nun die zweite Tabelle an, und zwar die Orders, die Bestellungen. Hier sehen wir eine Spalte Order-ID, hier wiederum 1 bis 5, sowie den Artikel-Item, den Betrag von diesem Artikel, und auch die Customer-ID. Nun können wir nicht einfach diese Tabelle verwenden, da wir nicht den Namen von den Kunden, sondern lediglich den Schlüssel hier als Darstellung bekommen. Aus diesem Grund möchten wir nun von den Bestellungen die Kunden hinzufügen oder verknüpfen. Dazu führe ich nun ein Elias ein, damit ich sozusagen eine Referenz auf diese Orders-Tabelle verwenden kann. Anschließend verwende ich den Befehl Join, anschließend die zweite Tabelle, Customers. Auch diese bekommt einen eindeutigen Buchstaben, in diesem Fall C. Und mit ON muss ich diese beiden Tabellen nun miteinander verknüpfen. Und zwar kann ich diese beiden Tabellen über den gemeinsamen Schlüssel Customer-ID zusammenführen. Nun können wir die Abfrage ausführen und erhalten als Ergebnis sowohl die Bestellungen als auch den dazugehörigen Kunden. Ich kann das hier noch etwas weiter verfeinern. Und zwar möchte ich nur den Namen First Name und Nachnamen Last Name. Hier muss ich noch eine Korrektur machen, Underline. Und den entsprechenden Artikel. Und zwar kann ich den über den Buchstaben O Punkt, Item, sowie den Betrag mit Amount mir anzeigen lassen. Wie wir sehen, haben wir nun den Vor- und Nachnamen, den Artikel und die Bestellgröße bzw. den Betrag. Bevor wir mit den Tipps weitermachen, bitte diesen Kanal kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Kommen wir nun zu den Tipps. Tipp Nummer 1. Vermeide es, unnötige Spalten in deiner Abfrage auszuwählen, um die Datenmenge zu reduzieren, die zurückgegeben wird. Ich könnte ja, anstatt hier diese vier Spalten auszugeben, könnte ich auch alle Spalten ausgeben. Mit einem Select-Stern. Das ist zwar in diesem Fall völlig in Ordnung, jedoch wenn die Tabellen größer werden, umfangreicher werden, so kann das zu Problemen führen. Deshalb, wenn möglich, immer die für euch wichtige oder für dich wichtige Spalte im Betreff Select angeben. Kommen wir zum zweiten Tipp. Verwende immer Aliasis für Tabellen, damit ist gemeint, diese Abkürzungen wie O und C für Customer. Damit, wenn du mehrere Tabellen in einer Abfrage zusammenführst, vermeidest du unnötige Verwirrungen. Tipp Nummer 3. Verwende die explizite Schreibweise für Joins, anstatt impliziter Verbindungen in der Word-Clause, um die Lesbarkeit und Wartbarkeit deiner Abfrage zu verbessern. Was ist damit gemeint? Du könntest auch die Abfrage so gestalten und zwar Select from Orders Beistrich Customers C und im Anschluss könnte ich sagen, o.Customer-ID ist gleich Customer-ID. Wenn ich das nun ausführe, habe ich einen Fehler, weil ich hier den Alias nicht mitgeführt habe. Zweiter Versuch, wieder ein Fehler. Ich habe hier einen Fehler in der Syntax, da ich hier vermutlich in der ersten Abfrage noch einen Beistrich benötige. Ich habe die Abfrage nun weggegeben und erhalte nun das entsprechende Ergebnis. Wie du siehst, kannst du auch so Tabellen miteinander verknüpfen. Das ist sozusagen die zweite Variante, wie du eine Verknüpfung herstellen kannst. Jedoch ist zu empfehlen, die explizite Schreibweise mit dem Join, wie er hier oben dargestellt ist. Zu guter Letzt habe ich noch einen vierten Tipp und zwar Verwende Tabellnamen vor Spaltennamen, um Verwechslungen in komplexen Abfragen zu vermeiden. Was ist damit gemeint? Damit ist genau dieser Ansatz gemeint, dass ich hier auch die Abfrage so gestalten könnte. Und zwar indem ich sage, ich nehme hier die Alias ist weg und könnte auch Customers ausschreiben. Und zwar indem ich hier Orders nochmal angebe und Customers und auch hier die Alias ist herausnehme und kann somit dann die Abfrage gestalten. Nun hast du gesehen, wie du den Join-Befehl in SQL anwenden kannst, sowie ein paar nützliche Tipps im Umgang damit. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen dir zu antworten und freue mich natürlich, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel.